Herzlich willkommen! In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto haben wir zwei aktuelle Nachrichten für euch zusammengefasst. Staking ist eine 18 Milliarden Dollar Industrie und Pensionsfonds investieren in Bitcoin ETFs. Starten wir mit den News zur Staking-Industrie. An dieser Stelle etwas sehr Wichtiges. Uns ist beim Link zur Halloween-Aktion ein Fehler passiert und der Link führte ins Leere. Dies ist nun behoben. Wir entschuldigen uns und freuen uns, den 31% Rabatt auf die Halloween-Aktion mit dem korrigierten Link unter dem Video zu geben. Die Marktkapitalisierung der 30 größten Proof-of-Stake-Kryptowährungen erreichte ein Allzeithoch von 594 Milliarden Dollar, was etwas mehr als die Hälfte der Altcoin-Marktkapitalisierung ausmacht. Vor zwei Jahren, als das Konzept des Stakings zum ersten Mal bekannt wurde, war es ein relatives Nischenprodukt, das auf TESOS und COSMOS die ersten beiden Proof-of-Staking-Kryptoprotokolle beschränkt war. TESOS startete 2017 mit einem ICO und versucht, Blockchain-Governance-Systemen zu schaffen, das sich selbst durch XTZ-Token-Abstimmungen verbessern kann. XTZ-Stakeholder haben die Möglichkeit, über die Regeln des Netzwerks abzustimmen. Das Ziel ist es, Abspaltungen zu vermeiden, wie das beispielsweise bei Hardforks von Bitcoin der Fall ist. TESOS hat zurzeit eine Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden US-Dollar und steht damit auf Platz 39 der größten Kryptowährungen weltweit. Das zweite Projekt, das den Staking-Boom startete, ist COSMOS. COSMOS ist ein dezentralisiertes Ökosystem von Blockchains, die auf interoperable Weise zusammenarbeiten und im Grunde ein Internet der Blockchains schaffen. Das COSMOS-Netzwerk verwendet einen hauseigenen Staking-Coin namens Atom, der an Kommunikationsbörsen das Kürzel ATOM trägt. Als Gegenleistung für die Sicherung der Dienste bei COSMOS werden Transaktionsgebühren und Einsatzprämien an Atom-Staker ausgeschüttet. COSMOS bietet extrem niedrige Gebühren mit knapp einem Cent pro Transaktion und schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten mit durchschnittlich sieben Sekunden. Seit den Staking-Anfängen mit Tesos und COSMOS hat sich einiges getan. Staking, also das Einfrieren von Coins als Sicherung des Netzwerks, ist eines der größt wachsenden Gebiete der Kryptobranche. Vor allem aufgrund der Möglichkeit für passives Einkommen. Durch das Proof-of-Stake-System nehmen Token-Inhaber aktiv an der Transaktionsvalidierung teil, indem sie ihre Kryptos in Knoten auf dem Netzwerk sperren, welche dann um die Chance konkurrieren, Transaktionen zu verifizieren und neue Blöcke zu erstellen und die damit verbundenen Belohnungen erhalten. Spulen wir vor auf heute. Die Branche ist ein 18 Milliarden Dollar Gigant. Dank Ethereum 2.0 und der Proof-of-Stake-Entwicklung sowie der Suche von Institutionen nach Internetanleihen gibt es nun über zwei Dutzend Proof-of-Stake-Protokolle auf dem Markt. Staked berichtet, dass die gesamte Marktkapitalisierung von POS-Protokollen nun mehr als 50 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von Altcoin-Kryptowährungen ausmacht, das heißt 594 Milliarden US-Dollar. Während dies in gewisser Hinsicht dem allgemeinen Kryptobullenmarkt zu verdanken ist, der das Wachstum der Top-Token wie Ethereum, Cardano, Solana und Polkadot beschleunigte, ist auch viel dem Aufstieg kleinere Protokolle zu verdanken. Diese machen die meisten der 34 Mainstream- Proof-of-Stake-Protokolle auf dem Markt aus. Bevor es weitergeht, möchten wir dich auf unser Halloween-Special hinweisen. Bis zum 31. Oktober hast du die Möglichkeit, noch rechtzeitig auf den größten Trend der nächsten zehn Jahre aufzuspringen und dich der größten Kryptoakademie im deutschsprachigen Raum anzuschließen. Gib den Code HALLOWEEN an, um 31 Prozent des Preises verschwinden zu lassen. Ganz unter dem Motto Süßes oder Saures hast du auch die Wahl. Willst du endlich lernen, wie man richtig in Kryptowährungen investiert oder weiterhin dabei zusehen, während andere Leute mit Kryptowährungen reich werden? Den Link zur Aktion findest du unter dem Video. Sehen wir uns mal die Top-4-Staking-Protokolle an. Dabei handelt es sich um Ethereum, Solana, Avalanche und Terra. Über all diese Kryptowährungen haben wir in der Vergangenheit bereits ausgiebig berichtet. Wie man an den Daten sieht, konnten diese Projekte im bisherigen Bullenmarkt enorme Wertsteigerungen durchleben. Wenn man das Wachstum vom zweiten Quartal zum dritten Quartal betrachtet, ergibt sich ein extrem positives Bild. Spitzenreiter ist hier Avalanche mit einem Anstieg von 620 Prozent. Zweitplatziert ist Terra mit 486 Prozent, gefolgt von Solana mit 370 und Ethereum mit 42 Prozent. Und mit all diesem Wachstum geht auch der Einsatz von Risikokapital einher. Im vergangenen Quartal wurden laut Staked 8 Milliarden US-Dollar an Risikokapital in den Sektor investiert. Zum Beispiel 111 Millionen US-Dollar von Helium, 314 Millionen US-Dollar von Solana und 230 Millionen Dollar von Avalanche. Dieses Risikokapital wird eingesetzt, um die Ökosysteme weiterzuentwickeln. Die einzelnen Projekte stellen große Mengen an Geld zur Verfügung, damit Entwickler und Teams auf ihren Blockchains neue Produkte, Dienstleistungen und dezentrale Apps entwickeln. Die Proof-of-Stake-Blockchains haben hier in der Vergangenheit große Kapitalanleger und Venture Capital Firmen überzeugt. Kommen wir nun zur zweiten News-Story des Tages. Einer der größten institutionellen Investoren in Südkorea kauft wahrscheinlich Bitcoin. Im Normalfall wäre das keine große Meldung, aber es handelt sich um einen Pensionsfonds. Und bekanntlich sind Pensionsfonds nicht die risikofreudigsten Investoren. KTCU, einer der größten institutionellen Investoren in Südkorea, erwägt in der ersten Hälfte des Jahres 2022, in einen reinen Bitcoin-ETF oder Bitcoin-gebundene ETFs zu investieren, berichtete die lokale Nachrichtenagentur The Korea Economic Daily. KTCU ist der Pensionsfonds der koreanischen Lehrer. Dieser öffentliche Pensionsfonds übernimmt die Auszahlung der Altersversorgung für alle Lehrer, die in den Fonds einzahlen. Dem Bericht zufolge ist KTCU mit einem verwalteten Vermögen von 40,2 Milliarden Dollar der zweitgrößte institutionelle Anleger in Südkorea. Der Pensionsfonds hat 40% seiner Investitionen in alternative Vermögenswerte, 10% in inländische und 9% in internationale Aktien investiert. KTCU muss nun noch die Größe und andere Details seiner potenziellen Bitcoin-ETF-Investitionen festlegen. Die Nachricht kommt in einer Zeit, in der sich globale Pensionsfonds zunehmend für ein Engagement in Kryptowährungen wie Bitcoin und große Unternehmen der Branche interessieren. Letzte Woche kaufte der Houston Feuerwehr Pensionsfonds berichten zufolge 25 Millionen Dollar in Bitcoin und Ether. Und Kanadas Ontario Lehrer Pensionsfonds beteiligte sich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 420 Millionen Dollar für die große Kryptobörse FTX, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Wer hätte vor einem Jahr noch gedacht, dass immer mehr Pensionsfonds in Kryptowährungen und sogar Kryptobörsen investieren? Man kann nur erahnen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Was denkt ihr, wie lange wird es dauern, bis es den ersten 100% Kryptopensionsfonds gibt? Schreibt uns eure Einschätzung gerne in die Kommentare. Nicht vergessen, es ist noch nicht zu spät, um mit Kryptowährungen die finanzielle Freiheit zu erreichen. Alles, was du dazu brauchst, zeigen wir dir in der täglich Bitcoin und Krypto Akademie. Mit dem Code Halloween sparst du 31%. Den Link zur Aktion findest du unter dem Video. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Wer wir sind? Karl Hudertz, vielen bekannt als Carlos, sowie Tobias Reissner und Valentin Unger. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, dann schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal.